Wohin zu fahren, weißt du? Guten Morgen, willkommen gerade von unserem Campingplatz. Wir haben uns doch umentschieden. Wir waren aber schnell auf dem Dixi-Clo. Wir waren schnell nochmal auf dem Dixi-Clo, haben uns schon ein Bier reingepfiffen. Und jetzt geht es hier langsam mal los. Ungefähr 15 Kilometern laufen bis zum Parkeingang. Wir sind dann gleich da. Da sind wir endlich da. Wir sind ja die weltbesten Vlogger auf unserem YouTube-Channel. Der heißt, Pauline, so weit wird er euch mal den Namen verraten. Nie jetzt schon, Pascal? Ja, doch. Nee. Doch, es ist Zeit, dass die Zuschauer unseren Namen erfahren von unserem Channel. Da muss ich jetzt so viel Namen rausdenken. Ja, sowas wie Riegel & Rollercoaster. Was war die erste Zeit? Riegel? Riegel & Rollercoaster? Weil du doch immer Riegel dabei hast. Ja, richtig viele Riegel dabei. Wir werden nicht verhungern. Wir können auf der Fahrt noch essen. Ja, bis später. Wir halten euch natürlich auf dem Lauf. Bis Spädi. Tschüss. Boop, 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 boop! Woop, boop, boop! Ich möchte sie jetzt schon. Ich möchte sie jetzt schon. Wir starten direkt mit der gleichen Achtelbahn wie jetzt. Ich möchte sie jetzt schon. Hier we go, here we go, to the universe of energy. Hier we go, see it close. Is the universe of energy come through time? See the force, sail the wind, down the source. From the sea to the skies, there's a force beyond our eyes. Here we go, here we go, to the universe of energy. Here we go, here we go, to the universe of energy. Here we go, here we go, from the sea to the skies, there's a force beyond our eyes. Here we go, here we go, through the universe. The universe, the universe. Achtelbahn! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und wichtig ist, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, hier oben abonnieren und die Glocke drücken. Damit ihr nichts mehr verpasst. Von den besten Achterbahnvloggern, die es wohl gibt.